wir haben uns so ein aber sie kommt zu einem weiteren der die mann und dieses mal hofft dass wir keine lust bekommen mit mädchen okay das freut mich schon deutlich die so ja jetzt schauen wir mal was man mit mädchen mit mädchen beirrschte es sieht uns wieder einholen hoffentlich und es geht so okay ja diesmal nicht die letzte erste theoretisch geschwärts gegangen jetzt hat eigentlich nicht ganz genau sicher aber auf jeden fall hätten wir das und war ja ja wir haben halt relativ wenig bekommen es hätte natürlich sein können wenn ich mich mehr angestrengt hätte dass ich eventuell noch irgendwie eine ebene erreicht hätte wo ich denn deutlich welt nach vorne kommen wäre wäre natürlich möglich gewesen allerdings hatte ich leider kein Glück aber wir haben ja noch ein paar Tage vor uns bis wir hier 31 Tage die Ehe hinter uns haben und dann schauen wir mal immer noch nun schon mal sehr gut einige Chancen die 5er Siegeserie zu erhalten wie ich ja schon gesagt habe werde ich wahrscheinlich bis zum Ende denn einfach durchziehen und da werden wir auf jeden fall unser glück probieren und das also nicht nur unser Glück sondern einfach durchziehen bis zum Ende so muss also ich muss ich habe noch nie ein boss gesehen oder gehabt wurde in solche die menschen maschinen hintergrund sind aber ich habe jetzt nichts gegen mich weil mit maggie habe ich eher relativ viele leben und so weiter deswegen habe ich auch nichts war ja klar dass ich jetzt noch zum schluss getroffen werde egal dann haben wir auf jeden fall genügend und ein cooles damit es hier einsammeln ja okay gut in dem fall werden wir hier ein bisschen dran spielen vielleicht aber auch hier so und noch ein penny liegt da noch rum okay heißt einmal machen wir es so und dann gucken wir da noch es gibt noch einen boden feststück werde ich erst noch freisch halten machen wir es so auf jeden fall spiele es weg holen uns die coin und füllen uns einmal auf So, sind wir perfekt schon vorbereitet zum Eventual Devil Deal, wo wir bekommen könnten. Schauen wir uns hier im Geheimraum mal geschieht mal. In dem Fall schauen wir hier mal im Geheimraum vorbei und gucken, was da hübsch ist. Ähm, ähm, wo ist der Geheimraum? Hier vielleicht? Also ohne Akonuers. Okay. Wow, das hat sich gelohnt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, ich kann aber auch gerne mal... Ich habe leider keinen Schluss. Okay, in dem Fall können wir leider doch nicht, aber wir könnten reingucken. An 16 Coins, vielleicht kriege ich ja irgendwas, wo ich meine... Äh, Einkäufe und so weiter... Okay. Äh, wie gesagt, aber ich könnte welche sprengen. Vielleicht kriegen wir eh die Coins? Leider nicht. Komm, wir müssen das und mit dem nehmen wir noch 3 Coins. Und dann können wir noch das Haulat uns wollen. Okay. Und hier? Ja, auf jeden Fall. Gut, ähm... Weiter geht's. Ähm... Komm, nimm mal IV-Bag mit. Hätte ich noch mal herangucken können, was ich mir holen... Egal. Können wir auf jeden Fall denn hier ein bisschen mehr ausgeben. So. So, okay. Wir haben schon gut Schale zu bekommen, was mich sehr erfreut. Fängt schon mal gut an. Und mit dem Twinkle und so weiter, das ist mir jetzt natürlich auch eine Freude. Okay, mehr Geld. Dankeschön. Ähm, ja. So, ich hoffe mal, dass wir hier noch irgendwo einen Schlüssel halten. Jetzt nicht gerade hier und so weiter. Aber alles gut. Kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Zack. Schlüssel. Zack. Aber Hauptsache, wir können schon mal die Fliegen alle Monshotten. Jetzt noch ein Damage Upgrade und wir können dann auch die Spinnchen Monshotten, was natürlich auch sehr angenehm wäre, aber das ist schon mal sehr gut. Mach mal ja aus. Wir brauchen uns ja nicht zu beeilen. Ich hoffe, dass ich hier nie wieder durchgehen muss. Ja, das ist relativ einfach, aber trotzdem. Ich habe leider keinen Schlüssel bisher erhalten. Jetzt wäre der Box vielleicht was Interessantes zu bekommen. Ähm, so. Hm. Gut. Komm, gehen zwei rein. Oder machen wir jetzt vorher kaputt. Ich habe auch eine Variante. So. Ja, wenn du willst. Kein Problem. Okay, hinter mir. Bis er aber knapp ist. Mist. Und erledigen. Nice. Wo ist das halbe Herzen? Äh, ach so. Ja, okay, logisch. Was haben wir hier? Krampus in dem Fall. Ich möchte, dass ich das Spiel auf Engedien spiele. Ähm. Oh nein. Ähm. Krampus, könntest du? Bisschen mich in Ruhe lassen. Du machst mir so ein bisschen zu viel Action. Oh. Okay. Das ist mir jetzt irgendwie sehr unangenehm. Ja, sehr unangenehm. Platz. 1376. Das wird nicht. Ja, war klar, dass ich da so weit hinten. Trans-Urder. Gelandet bin. Okay. In dem Fall haben wir den heutigen Tag auch. Obwohl es ein angenehmer Charakter gewesen ist. Leider auch wieder vergaggt. Aber so ist das manchmal. Und jetzt sieht man sich morgen wieder beim nächsten Daily Run. Und Tschüss.